Hallo, ich bin Patrick von Daub & Bürgelin aus Breisach. Heute informiere ich euch über die steuerliche Behandlung von Betriebsveranstaltungen. Arbeitslohn kann euch nicht nur in Bar, sondern auch in Form von anderen Geldwertenvorteilen zufließen. Lohnsteuerlich stellen die Zuwendungen des Arbeitgebers an Arbeitnehmer im Rahmen von Betriebsveranstaltungen, also gemeint sind damit insbesondere die Speisen und Getränke, Kosten für den Raum, Unterhaltung oder ähnliches. Diese stellen grundsätzlich einen solchen Geldwertenvorteil dar. Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine Veranstaltung auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter handelt. Hierunter fallen insbesondere Betriebsausflüge, Jubiläumsveranstaltungen wie ein Firmenjubiläum, eine Weihnachtsfeier etc. Keine Betriebsveranstaltung stellt dagegen die Abgabe von Speisen und Getränke an Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber anlässlich eines außergewöhnlichen Arbeitseinsatzes, zum Beispiel während einer außergewöhnlichen betrieblichen Besprechung oder einer Sitzung dar. Es wird für das Vorliegen einer Betriebsveranstaltung nicht mehr vorausgesetzt, dass die Veranstaltung allen Angehörigen des Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer in sich geschlossenen betrieblichen Abteilung offenstehen muss. Jedoch ist diese Voraussetzung für die Gewährung des Freibetrags in Höhe von 110 Euro maßgebend. Die Aufwendungen für übliche Zuwendungen einschließlich Umsatzsteuer, d.h. der anteiligen Bruttokosten an den einzelnen Arbeitnehmer, bleiben bis zu dem Betrag von 110 Euro steuerfrei. Jedoch je Kalenderjahr für maximal zwei Betriebsveranstaltungen. Nehmen Angehörige von euch, also beispielsweise euer Partner oder eure Kinder, an der Betriebsveranstaltung teil, so sind ihr auf die Angehörigen entfallenden Aufwendungen euch entsprechend zuzurechnen. Finden mehr als zwei Betriebsveranstaltungen im Jahr statt, beispielsweise ein Betriebsausflug, ein Musicalbesuch und eine Weihnachtsfeier, dann kann der Arbeitgeber wählen, welche er als übliche und somit als steuerfreie Betriebsveranstaltung behandeln will und welche er der Lohnbesteuerung unterwerfen möchte. Die über die 110 Euro hinausgehenden Aufwendungen oder Aufwendungen für eine dritte oder weitere Betriebsveranstaltung oder auch die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung, welche nicht allen Betriebsangehörigen offen steht und somit der freie Betrag nicht greift, stellen jeweils Arbeitslohn dar. Hier kann der Arbeitgeber zwischen der Regellohnbesteuerung und einer Pauschalversteuerung wählen. Die Pauschalversteuerung bedeutet, dass der Arbeitgeber für euch als Teilnehmer an der Betriebsveranstaltung die Steuer übernimmt. Dies ist möglich mit einem Pauschalversteuerungssatz in Höhe von 25 Prozent zuzüglich Zuschlagsteuern. Üblicherweise wählt der Arbeitgeber diese Pauschalversteuerung, da es in der Regel nicht gewünscht ist, dass ihr als Teilnehmer noch mit Steuern und Abgaben belastet werdet. Auch die Umsatzsteuer ist bei der Thematik der Betriebsveranstaltung zu beachten. Die Frage, ob eine Betriebsveranstaltung vorliegt und wie die Kosten, die auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallen, zu berechnen sind, bestimmt sich auch bei der Umsatzsteuer grundsätzlich nach den bereits geschilderten lohnsteuerlichen Vorschriften. Der 110 Euro Freibetrag gilt allerdings nicht für die Umsatzsteuer. Hier handelt es sich vielmehr um eine freie Grenze. Übliche Zuwendungen bis 110 Euro brutto bei Betriebsveranstaltungen sind überwiegend durch das betriebliche Interesse eures Arbeitgebers veranlasst und stellen umsatzsteuerlich nicht steuerbare Leistungen dar. In diesem Fall kann aus den Aufwendungen ein Vorsteuerabzug in Anspruch genommen werden. Dies bedeutet, dass euer Arbeitgeber hierfür keine Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen muss. Es ist jedoch zulässig, dass er aus den Aufwendungen den Vorsteuerabzug in Anspruch nimmt. Übersteigt dagegen der Betrag, der auf den einzelnen Arbeitnehmer entfällt, pro Veranstaltung die Grenze von 110 Euro brutto, ist von einer überwiegend durch den privaten Bedarf des Arbeitnehmers veranlassten, unentgeltlichen Zuwendung auszugehen. In diesem Fall besteht für den Arbeitgeber kein Recht auf den Vorsteuerabzug aus den Aufwendungen für die Betriebsveranstaltung. Wenn ihr also Arbeitgeber seid und schon eure nächste Betriebsveranstaltung plant, dann hoffe ich, wisst ihr nun, worauf ihr steuerlich bei Betriebsveranstaltungen achten müsst. Falls doch noch Fragen offen sind, wendet euch an den Steuerberater eures Vertrauens. Euer Patrick